Boxing, das Mittelgewicht, meine Damen und Herren, bis 73 Kilogramm und ich rufe in die blaue Ecke aus dem Team Istanbul, Bosporus, Java, Kostasvili. Musik 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, freuen Sie sich auf den Gegner in dieser dritten Ansetzung des heutigen Abends im Mittelgewicht bis 73 Kilogramm. Ich begrüße Sie in der roten Ecke aus dem Team der Leipzig Leopards, Stefan Hertel. Musik 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 William Gallagher, Evangelos Juliukas und Meg Barsi. Meine Damen und Herren, liebe Boxbordfreunde, der dritte Kampf des heutigen Abends, Jabba Kostashvili gegen Stefan Hernte. Rund 2 für Runde 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stop! 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 Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.